Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Blickpunkt Leinebergland. Wieder einmal aus Göttingen bei unserem Kooperationspartner der Universität Göttingen. Und hier neben mir steht der typische Durchschnittszuschauer vom ZDF. Insofern haben wir hier noch ein bisschen Luft und wir schauen uns mal um. Bleiben Sie dran. Das Zoologische Museum der Universität Göttingen beherbergt weit über 100.000 präparierte Tiere, darunter viele kostbare Schätze. Wer einmal einen Blick darauf werfen möchte, kann dies zum Beispiel immer sonntags tun, denn dann hat das Museum von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Fester Programmbestandteil sind auch die Mitmachaktionen für Groß und Klein. Anhand praktischer Projekte, wie zum Beispiel dem Herstellen von Meisenknödeln für die Vögel im Winter, lernen die Teilnehmer spielerisch viel über die Tierwelt und können sich gleichzeitig praktisch betätigen. Das Zoologische Museum finden Sie in der Berliner Straße 28. Im Johanniter Krankenhaus in Gronau fand unlängst eine Informationsveranstaltung über Gelenkersatz statt. Der leitende Oberarzt des Hauses, Dr. Jens Gruß, stellte bewährte sowie neue Behandlungsstrategien und Operationstechniken beim Gelenkersatz vor. Das Gronauer Krankenhaus verfügt über ein eigenes Endoprothetikzentrum und die damit verbundene hohe Fachkompetenz. Dr. Gruß beantwortete nach seinem sehr anschaulichen und kurzweiligen Vortrag dann noch viele Fragen der interessierten Teilnehmer. Informationen zum Endoprothetikzentrum und seinen Leistungen erhalten Sie beim Johanniter Krankenhaus Gronau. Bereits zum sechsten Mal trafen sich Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region zum gemeinsamen 10 vor 8 Business-Frühstück. Dieses Mal im Elzer Hotelcafé Papenhof. Initiator Henning Schröder moderierte das Treffen, bei dem das Netzwerken der Teilnehmer untereinander im Mittelpunkt steht. Abgerundet werden die Treffen dann durch ein Referat, dieses Mal vom Ergonomie-Coach Thomas Hartmann, der das Thema richtiges Sitzen mitgebracht hatte. Fazit, eine runde Veranstaltung, die immer wieder großen Einklang findet. Beide. 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 Vielen Dank.